Musik 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 Alles nass ist, das müssen Sie jetzt selber wissen, ja? Mit den Bremsen? Da guck ich mal. Rausfallen kann ich ja nicht, ne? Ja, ja. Ich bin jetzt hier auf der Sommerrottelbahn in Vipra. Das ist im Südhorz in Sachsen-Anhalt. Und wie man sieht, ist eine Allwetterrottelbahn. Die Streckenlänge, habe ich schon mal geschaut, sind 1000 Meter. Also recht gut. Hersteller wie Gant. Da werden wir mal schauen. Musik 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 Das Klacken, was man hört, das ist die Rückversicherung. Falls das Seil reißt, dass man wahrscheinlich hier nicht rückwärts in die Tiefe rauscht. Es wird angegeben, dass auf der Bahn 40 kmh erreicht werden können. Das kann ich natürlich nicht nachmessen. Musik Los geht's! Los geht's! Oh, ein bisschen R-Type. Ah, die Kurven sind gut, schöne Gehkräfte, und dann sind wir auch schon wieder unten. So schnell sind 1000 Meter vorbei. Okay. 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 Okay.